Ihr sucht eine Tanzschule für euren Hochzeitstanz, wunderbar, perfekt, klasse, top, genau hier richtig gelandet, denn hier geht es genau darum, um die Vorbereitung für den Hochzeitstanz, also die Tanzschule, die passende Tanzschule. Wunderschönen guten Tag, seid gegrüßt, hier grüßt euch der Sean, Sean Jerome McCrane. Um es darum geht, den Hochzeitstanz zu lernen, habe ich hier die Empfehlung, die Empfehlung, lernt den Hochzeitstanz über einen Privattanzlehrer, nicht in der Gruppe, sondern in einer Einzelstunde. Also, meine Empfehlung, über Privatstunden den Hochzeitstanz lernen, am besten über einen ADTV, IHK, World Dance Conceal, Güte, Siegel, ausgebildeten Privattanzlehrer. Zufällig sitzt euch hier einer gegenüber, beziehungsweise ist hier im Bilde, also meine Empfehlung, wenn das für euch interessant ist, dann die 0176 84044661. Ich freue mich drauf, lasst uns loslegen mit eurem Hochzeitstanz, das wird ein besonderer Tag, dementsprechend, lasst uns das Ganze besonders gestalten. Ich freue mich drauf, lasst uns loslegen.